Als HWV, also haben wir Virus, bezeichnet man diese Kauflust von E-Zigaretten-Nutzern, sich immer wieder neue Geräte, neue Liquids, neues Zubehör anzuschaffen. Das ist so ein bisschen sprichwörtlich geworden, ja, so der HWV-Anfall oder der HWV-Infarkt, wo man dann einfach irgendein Gerät unbedingt haben muss, was gerade alle haben, was gerade gehypt wird, was besonders geil ist und das endet dann in solchen Sammelleidenschaften, wie man hier hinter mir im Regal sieht.